Ja, das ist das erste Mal, dass ich diese Scheiße aufnehme und ich bin voll falsch gelaufen habe und nicht aufgepasst auf irgendwer hin. Ah, aber das kann ich machen. So. Pretty sus. Das ist aber schnell weg. Geist Gameplay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist gewendet, er ist gewendet, Elenis hat es gesehen, oh mein Gott. Elenis hat gewendet. No, 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 I'm not gewendet. Aber, 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 du lutscher, Robin, du lutscher. Ja, okay, agreed, sorry, hab das nicht gedacht. Hey, jetzt gehen die Girls mit der Karte swipen. Ah, Gerge, Gerge, okay. Geht in Navigation. Spaß. Als ob er Elenis das nicht gesehen hat. Als wenn sie das nicht gesehen hat, oh mein Gott. Ich glaube es nicht. Ohne Scheiß, ich hab das gesehen. Wie konntest du das nicht sehen? Und dann bin ich so, oh no. Weißt du, er hat gerade mich gekillt, wendet neben Elenis in Madbear und ich so, und ich dachte schon so, wow, gleiche Situation wie letztes Mal, neben Elenis wenden und dann vor allem, und Elenis läuft einfach zum Scan. Und ich war so, ich dachte so, ah ja, okay, da war gerade halt ein Madbear, ich so, mhm, ja, und dann. Wo kam der denn jetzt? Was? Was? War, alter. Der leckt hier durch Raum und Zeit. So, gehen wir mal Karte swipen, gehen wir mal nicht Karte swipen. Robin geht Karte swipen. Ich gehe direkt Elektrik, oder dann nehme ich da alles meine Scheiß-Taster drin weg. Ich war mitten im Download, Mann. Bin ja froh, wenn ich nicht Imposter sein muss, aber ich würde gerne mal länger als ein paar Sekunden leben. Cafeteria, Admin... Schau, vielleicht bin ich ja diesmal nicht der erste, der stirbt, ne? Ah, Leute, Leute, was macht ihr mit dem Jungen? Jetzt ist auf der Schadine gestoßen. Aber du kannst. Ich bin ja mal, ich bin ja noch vor. Das ist echt ehrenlos, den letzten Mal zu tun. Warte, 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 wer war mit mir in Elektrikler? Wer war in Elektrikler, als ich reingekommen bin? Ich bin ja vor, ich bin vielleicht ja hierin. Ich bin ja nicht in Elektrikler. Ich bin ja admin. Ich bin ja nicht in Elektrikler.